ich verstehe gerade nicht von wo sie schießen hier nein, ist wieder dieses Arschloch ähm gut gemacht Soldat ne, hinten noch mehr das erste Mal versuchen, diesen MG Schützen von der Seite zu erreichen mal gucken wir oben geht's nicht lang, oder? doch sich Kontakt zum Zielfahrzeug Saar wir übernehmen das Fahrzeug und dann nicht wie weg von ihr Schatz einfach mal den Arschloch vorbei rennen Au 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 Merde, was schießt ihr? Okay, 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 renn ruhig bleiben. Oh, du dämlicher Penner. Mann, 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 das ist echt nicht. Das ist echt nicht einfach, ne? Das versteckt sich jetzt hoffentlich nicht genau in diesem Salzmast. Das Problem ist, dass mein Haus gleich kein Haus mehr ist. Ich glaube, vorne ist auch noch irgendwas. Und dieser Raketennerver, das sieht mich sogar hinterm Haus. Und das nervt mich ganz schön hier. Wo ist der Penner? Oh, der ist jetzt hier unten, oder? Kann ja nicht so lange dauern, wenn wir mal so die Gehörten da ist zu schalten. Ich weiß, hier fast die hier die ganze... Oh, da drin ist noch einer, ne? Ja, gut, das ist der M.G. Schütze der Ende dort. Da können ihn nur die ganze Zeit drauf ballern, wenn die wollen. Ich will jetzt einfach nur... Irgendwie... Diesen Panzerfaust, die hier in Wendor nicht schon weg ist. Okay, da ist ihn über. Ich glaube, ich habe alles tot jetzt hier. Au. Nein. Ach, wie viele? Au. Weißt du was? Ausschlägen. Au. Weißt du was? Ausschlägen. Fährt die Schüssel nicht schneller? Nein, das ist ein Diesel! Hahaha. Au. Was hat mich jetzt erwischt? Bitte nicht nochmal alles. Nein? Gut. Was beschießt mich, Jo? Wiesel nicht schneller? Nein, das ist ein Diesel! Klappe und fahr einfach, Herr Götz! Okay, hoffentlich. Och, scheiße! Was? Fahr einfach! Marlo, pass auf, was hinter uns abgeht und mach's ihn kalt bevor sie zu nahe kommen! Hier, Bravo 2! Wir haben das Zielfahrzeug! Wir haben's von allen Seiten beschossen! Rass mich jetzt an! Und verstanden, du! Sie fährt einfach das Fahrzeug ab! Ja, das 60er Schild umgefahren. Sauerei, oh mein Gott. Ja, das tat weh! So, da innen fährt's. Da innen fährt er einfach mal so. Oh, scheiße! Panzerfaust! Marlo, schalte das Ziel aus! Hopp! So, jetzt ist Ruhe. Da sind scheiß viele Fahrzeuge! Das ist ein Diesel, ja, das stimmt. Ich kann ihn nicht auf der Straße halten! Fahrt so verdammt! Au! Oh! Badams! Hier muss man eindeutig die Fahrer versuchen auszuschalten. Mit der Hoffnung, dass, ja, dass die von der Straße dann abkommen. Oh, super! Fährt die Schüssel nicht schneller? Nein! Das ist ein Diesel! Halt die Klappe und fahr einfach, Herr Gertz! Okay, probieren. Oh, scheiße! Was? Fahr einfach! Marlo, pass auf, was hinter uns abgeht und mach sie kalt, bevor sie... Ach, dann nehmen wir gerade ausfahren. Hier, Bravo 2! Wir haben das Zielfahrzeug! Wir haben ihn von allen Seiten beschossen! Wir halten jetzt an! Verdammt! Wir halten einfach das Fahrzeug an! Ja, das tut weh! Ja, das tut weh! Oh! Oh! Na toll! Jetzt habe ich einen Rückfahrer erwischt, ja. Oh, jetzt ist Ruhe. So! Da sind scheiß viele Fahrzeuge! Au! Warum werde ich hier beschossen? Oh! Manche sagen, sie sind einfach unlogisch hier und im Spiel. Da fährt gar nix hinter mir und ich werde beschossen und bin tot. Oder schon aber einfach Pesch. Fährt die Schüssel nicht schneller? Nein, das ist ein Diesel! Halt die Klappe und fahr einfach, Herrgatz! Naja, nochmal neu lauten. Komm her, ich leide euch hier unten. Fahr einfach! Malo, pass auf, was hinter uns abgeht und mach sie kalt, bevor sie zu nahe kommen! Das ist echt nie einfach, vor allem nicht bei dem Geruchel, oder? Wir haben das Zielfahrzeug! Wir haben ihn von allen Seiten beschossen! Jetzt lade nach! Ich überdank, dass das Fahrzeug gab! Ja, das tut weh! Ich glaube, das überlebe ich nicht, ja. Ich muss doch, dass sie nicht zu nahe rankommen! Oh scheiße, Panzerfahrt! Hallo, schalte das Ziel aus! So, das hätten wir erledigt. Da sind scheißviele Fahrzeuge! Ja, jetzt muss ich irgendwie dieses Arschloch dort totkriegen. Ich kann ihn nicht auf der Straße halten! Fahr zu, verdammt! Oh nein! Er fährt immer noch! Sie kommen her! Das ist echt dumm! Scheiße! Ich kann nicht sehen! Los! Oh, jetzt fahre! Also lade noch! Und wieder das Ziel! Mehrere Konflikte im Anmarsch! Was ist überhaupt mit diesem Scheiß-Truck? Was ist überhaupt mit diesem Scheiß-Truck? Wacht ihr die unmächtig auf? Halkatz! Bringt diese Mühle von der Straße runter! Warte mal! Wir machen das jetzt anders hier! Warte mal! Wir machen das jetzt anders hier! Und tschüss! Alles, was jetzt noch kommt, gibt hier mit dem Kranachlafen! Na los, verdammt! Wir stecken fest! Bewegung! Scheiße, 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 scheiße! Scheiße! Hallo, schieß! Wow! Boah! Was zum Teufel! Hey, du Penner! Wie bin ich gefahren? Bravo, du! Achtung, da kommt ein feindliches Fahrzeug auf uns zu! Negativ! Habe nicht verstanden, Agentie! Der Diesel sieht ganz schön gut, muss ich sagen! Da hat drauf geschissen! Oh, nein! Dann bringt ihr den Tunnel! Dann ist den Truck! Los! Verheilung! Runter! Achtung, der Schieß! Ich glaube, wir können hier nichts machen! Komm! Komm schon, komm! Ich kann eh nicht treffen! Scheiß mit sein! Oh, mein Gott! Das war, glaube ich, nichts! Das ist ganz schön nervig schon! Glaubt mir! War das jetzt Missionsende oder war das jetzt tot? Passiert jetzt noch was oder passiert jetzt nichts? Na, Lewis! Bad company needs woo! Was ist jetzt, Lewis? Ich bin gleich wieder da! Ja! So.